Bist du auch schon durch? Jetzt ja. Ich hätte dich nicht rüber teleportieren können. Warum? Aber ich! Oh mein Gott, der Mann verfolgt uns! Oh man ey, das ist voll spooky! Dude, seriously? Ich will es nicht sehen! Schnell, durch das Game! Das ist ein Halb-Tor. Er hat es kaputt gemacht. Man hätte Ruhestein nach Dalaran legen können für diese Quest-Area. Das stimmt allerdings. Zaubermeister Andromann, macht das Portal dicht. Egal was der durchschlagen will, lass es dort. Oh, ich war so eine scheiß krasse Ewigkeit nicht mehr im Halle der Champions. Boah, ich auch nicht. Ist grad so schön hier. Ich spiel hier auf Ultra. Mit einer A-T-I. A-T-I, you guys. A-T-I ist awesome. Weil es AMD ist, you guys. Und Stuff. A-T-I hat jemand seinen privaten Greifen geparkt? Geparkt oder geparkt? Geparkt. Geparkt. Ich mitten? Naja, ich geparkt. Ich mitten gut, jaja. Geparkt. Geparkt. Und der chillt ja jetzt einfach rum. Ist heute irgendein Feiertag hier? Oh, ist Sonnenwendfest. Geparkt. Es ist vorbei. Nein, es hat angefangen. Das habe ich befehlt. Es ist noch voll langes Gefühl, wir können alle Quests machen. Oh nein. Meinst du, wir sollen wirklich ein paar machen? So für die Community? Für die Community zu machen? Die will ich haben. Ich hasse mein Leben so fast. Die bekriegt die. Glorreiche Rüstung. So. Die will ich nicht. Handelswaren. Himmlische Senz, wie teuer ist es? Gerechtigkeitspunkte. Ach ja, so rum ging das. Das ist ein Schein. Wo hast du denn den richtigen? Hier. Ja. Und was besseres kriegen wir nicht? Äh, nein. Dann nehmen wir Set-Teile. Hm. Die Set-Teile gibt es vielleicht bei einem anderen? Ne doch, hier sind sie. Da kriegen wir schon fast zwei Teile für. Mal gucken, wie das Set aussieht. Wieso Menschen? Ach du Schilliness. Gibt's keine Hosen mit... mit Wilka? Boah, wie episch, dass wir uns jetzt schon Teile glauben. Kompetenzarmplatten? Was ist denn? Kompetenzarmplatten? Was ist denn? Kompetenzarmplatten? Kompetenzarmplatten? So, gleich... Oh, der Helm ist ja geil von mir. Ja, das sieht echt geil aus. Boah. Ich komme mir zwei ein bisschen dünn vor. Aber ich bin auch ne Frau. So, wie sieht denn... Kriege ich ein Schild oder was kriege ich wohl? Vergehen bis Stufe 85 erreichen, bevor ihr diesen Gegenstand erwerben könnt. Man kann ihn nicht mal jetzt kaufen? So ist das denn. Oh nein. Das basteln so ganz pläne, ist geil. Da kann natürlich gar nichts kommen. Scheiße. Was für ne Kacke. Rüstmeister für Waffen der vergangenen Zeit. Oh. Oh, ist so groß und epic. Die flinke Klingel des Großmarschals. Das war ein Science Green. Eegis des Großmarschals. Oh, bitteschön. Wie billig? Alles jetzt. Wie billig? Das gewusst hätte ich mich komplett mit so einem Set eingedenkt. Scheiße, was machen wir denn? Boah, ich bin so krass die Welt gepunt. Die Welt kaputt gemacht. Zubehör. Wir können vielleicht Zubehör haben, es gibt. Oh. Wo findest du das? Oh. Alles nur Müll. Selbst die große Innenschrift. 70er Zeit. Oh. 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 80. Was machen wir denn mit der ganzen Ehre-Scheiße? So. Ich muss jetzt Türmchen bauen mit den Pürfeln, ja. Boah, der Typ. Er verfolgt sogar hierher. Ich habe jetzt schon Zustände. Oh, was? Oh. Oh. My Mord is serious. Stump it, my Mord. Stump it. Ich geh kurz aufs Klo. Vielleicht findest du raus, was man mit Ehre jetzt schon machen kann. Oder wie das Ehren-Cap jetzt gehandelt wird. Vielleicht kommt es ja per Post. Ja. Wie stellst du das vor? Ich bin in einer Höhle. Die LED verfolgt uns. Ehre-System könnte scheiße sein. Ah. Ich hasse es. Nein, nein, ich hasse es. Nein. Anderns ... Maybe rass. Ah... ... Ja, ja. Aber nicht. Guckуй hiç. Es geht, Pfie , nicht, Pfie . Ich versuche das Lesク Fit. Ich versuche das, wie mir versucht das. Da bin ich wieder. Genau pünktlich. Ich hab schon was rausgefunden gesehen. Damn, irgendwas muss man da doch machen können. Oder ist das genauso gewollt, dass man das eben nicht so macht? Ich seh krass, wie viel Ehre man kriegt, ne? Das war doch früher nicht so. Als wir mit Woke Warlock gelevelt haben, da hatten wir doch nicht so viel Ehre am Ende zusammen, das wir am Cap waren irgendwie, oder? Nee. Oder haben wir Feuerwehr? Wir hatten 30 oder 32k oder so. Als wir, glaub ich, 80 wurden. Und da haben wir krass viel Alterer gemacht. Super krass viel. Ist auch ziemlich oft gewonnen mit Special noch und Bonus gekriegt. Also. Ja. Ja, vielleicht war das die alte Ehre, die man hier gekriegt hat, vor diesem einen Patch. So das Äquivalent zu den Lichtking-Zeiten, ne? Und das tatsächlich verdoppelt wurde vom Bösand. Ähm. Also das nicht nur im alten Fällen ist halt stehen. Was auszuprobieren, oder weil sowas Gutes gerechnet hat, weiß nicht. Aber weil Taschenrechner einen Bug hatte. Ja, man muss irgendwas da machen können. Jo, wenn ich in meiner Todeszeit meinen Würfelturm fertig gebaut hab, werde ich weiter gucken. Aber dieser Turm muss stehen. What the fuck? 24,2 Capri's. Wo sind die? Ach, die sind alle so richtig. Die sind da aufgestiegen förmlich. Boah. Boah. Das ging ja nochmal gut. So. 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 Haltest du mit nach vorne? Ja... Wo bist du ungefähr? Oh, ich hab dich nicht in der Gruppenansicht und auch nicht im Fokus. Ich bin ganz vorne. Ich bin jetzt gerade beim... Turmstellung angekommen. Okay, ich komm mal hin. Ja, hab dich. Na komm schon. Oh, was für eine Reichweite. Wölfe, guter Wölfe. Ja, Wölfe gezähmt haben wir auch mal auf Vorderseite. Scheiße, das wäre so kacke, wenn man mit der Ehre nichts machen würde. Hm, weil die Ressourcen zwar ineffizienter zu kaufen. Jo. Denn eins braucht man nicht, Geld. Das liegt zwar auf Vorderseite, aber selbst das ist zu bewältigen, das rüber zu schimmen. Oh-oh. 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 Hä? Wie können Mädchen das machen? Ach nein! Ach du Scheiße. Ein paar Leute sind gekommen. Wenn wir weniger Bots haben, als die haben wir eine Chance. Oh, ich bin da.